Herzlich willkommen wieder mal in der großen Radwelt. Wir haben ja eine Weile nichts voneinander gehört. Dafür haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch. Ich möchte euch heute das Nouvellos aus dem Hause Rehau vorstellen. Rehau ist eigentlich, oder nicht eigentlich, ist bis dato in der Fahrradbranche noch gar nicht bekannt, aber als großer Kunststoffkonzern, der weltweit agiert. Die Erfahrungen von Rehau in der Kunststoffindustrie, speziell im Automobilbau, sind komplett in die Entwicklung dieser Rahmen eingeflossen, beziehungsweise in die ganze Entwicklung des Rades. Der Rahmen ist aus thermoplastischen Komposatwerkstoffen hergestellt, wird im Spritzgussverfahren hergestellt und komplett in Deutschland gefertigt. Es ist ein außerordentliches Design. Es wirkt auf den ersten Blick schwer, ist aber gar nicht so schwer. Das Rad ist je nach Ausstattung um die 22, 23 Kilo schwer, lässt sich sehr gut fahren. Das Rad wird komplett in Deutschland gefertigt. Das geht beim Spritzguss los über die Konfektionierung bis zur Farbgebung. Die Endmontage erfolgt in Sangerhausen und man ist damit extrem flexibel. Zukünftig sollen Lieferzeiten von maximal 14 Tagen über die gesamte Saison möglich sein. Das Rad kann sich jeder selbst konfigurieren, wie er es möchte. Ob er es mit SDVZO-Zulassung möchte, ob er es mit einer Kettenschaltung möchte oder mit der Nexus- oder Enviolo-Schaltung. Das ist jedem selbst überlassen, je nach den Bedürfnissen und Ansprüchen, die jeder hat, wo jeder fahren möchte. Standardmäßig ist das Rad ausgestattet mit einer Scheibenbremse. Alle Räder fahren mit einem Shimano-Motor. Die Reichweite des Akkus, je nach Topografie, je nach Gewicht des Fahrers, reicht etwa 100 Kilometer. Und uns machen die Räder wirklich viel Spaß. Die fetten Reifen erlauben, sind also auch sehr bequem zu fahren, federn viel weg. Und ja, macht einfach Spaß. Diese Fahrräder oder diese E-Bikes stehen bei uns in der großen Radwelt in Markleberg im Süden von Leipzig und warten darauf, von euch probegefahren zu werden. Ruft uns an, wir freuen uns auf euch. Ruft uns an, wir freuen uns auf euch.